Da ist eine Unschuld dahin. Wir überlasten es irgendwie ein bisschen. Sagen wir es eben nicht, dass wir klauen. Das ist gut. Wir sollten nicht zu viel anstecken. Das ist eine große Schlafsack. Wir haben nicht klauen. Können wir nicht. Sehr gut. Waren wir nicht noch mehr? Das ist doch schon ein Ultimatum. Lass uns gehen. Wir müssen schnell raus, bevor sie etwas bemerkt. Schnell weg! Der hat zwei Sachen geklaut. Schlafsack wird immer so gebraucht. Wir haben was zu essen, was richtig saftiges Essen. Wir haben Brot. Wir haben irgendwas mit Radioten zum Aufwärmen. Wir haben Limo. Wir haben Wasser. Das ist für das erste. Wir sind nicht zufrieden. Die letzte Nacht war so kalt. Ich will nicht mehr über das Eis. Dann werden wir noch eine weitere kalte Nacht verbringen. Wir finden irgendwo ein Schlafsack. Aber halt nur. Wir werden alles brauchen. Früher oder später. So eine nette Tür. Ich glaube, dass es nicht weiter aufgefallen ist, dass wir zwei Sachen geklaut haben. Sein Blick direkt auf die Toilette. Halten Sie das Bad selber anrichten. Einer Schweinerei auf eigene Gefangene Verwaltung. Ist der Club abgeklaut? Ich meine... Ich meine... Nützlich auf jeden Fall. Wir wollen die Wildnis scheißen. Irgendwann noch kommen wir auf die Toilette. Aber... Das Clown hat so gut geklappt. Trinkwasser für uns. Trinkwasser. Oh, verdammt. Mein Gesicht. Du siehst kalt, Mann. Kondome mitnehmen. Spind aufbrechen. Insofern sind wir noch nicht. Schauen wir uns hier nochmal um. Dann ist noch Müll. Schrotthofen. Schrotthofen. Ich glaube das war auch ganz clever 10 Euro auszugeben. Ja. Ja. Ich weiß. Um noch knappe 20 Euro zu behalten. Wenn wir noch früher oder später noch brauchen. Ich weiß nicht. Es könnte auch der letzte Stopf vor der Wildnis sein. Wir werden nie wieder zurückkommen. Irgendwas zu kaufen. Halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Aber... Was soll's. Was soll's. Kind of creepy, huh? Wer weiß, woviel wir das Geld noch brauchen werden. Irgendwo. Wege, Lage oder so. Die uns erst stechen oder so. Man weiß es nie. Okay. Right. Irgendwann werden wir es doch noch brauchen. Und dann... Bevor wir nicht klauen müssen. Ich meine, wir haben hier schon geklaut. Aber... Bevor wir dann wirklich... Bevor wir dann für einen kleinen Schokoriegel... Naja... Ertappt werden. Hier war es jetzt... Ich denke, hier war es auch ungefähr nicht. Hat es nicht wirklich... Es stand jetzt nicht wirklich die Gefahr, dass wir entdeckt werden. Er hat es ja super abgelenkt. Und wir... Und zwar haben wir das Feld hier nicht auf. Wir sollten vielleicht das gestohlene Gut hier nicht so... So sehr präsentieren. Das stimmt. Oha. Und der hat es mir nicht erkennt. Ist halt mal langsam weiter hier. Es ist doch nicht alles auf. Behaltet was. Was ist das? Ja, woher sind jetzt? Bnder geht's. Woher sind wir jetzt? Ich denke... Pro-Dipp... Nicht zu den Beeren. Tschüss! Zauern! Bude sich das. Was soll das sein, Washington? Ich weiß nichts. Ja, ich auch nicht. Aber wir müssen irgendwo da sein. Hey, ich weiß. Wir sind hier. Da ist eine Gäste. Siehst du? Nein. Keine Chance. Wir waren bei Mount Rainier gestern. Aber es ist weit weg. Ich zeige euch, wo wir sind. Ja, okay. Benutzer steht hier. Hier war der Campingplatz. Entweder sind wir hier oder hier. South West. Dann müssen wir hier sein. Wir sind aber schon weit weg. Wahrscheinlich hier, würde ich sagen. Hier erst. Dann schon hier. Das ist es. Du bist sicher? Ja, es ist. Es ist neben dem Wasser, die wir nicht kaufen können. Hier sind wir. Okay, so... Wir sind jetzt hier. Können wir dort heute Morgen? Bist du dich? Es ist zu weit weg. Du willst du eine ganze Woche wieder gehen? Aber es sieht schwer. Was? Oh, ja. Just... Going over trails and stuff. Seems dangerous to be out here all alone. Take this. We're trails in our house. What do you mean? We just... Hope you paid for all that. Natürlich. We don't tolerate, we don't have any juice. Uh... Flüchten. Angreifen. Äh... Verdammt! Wir sprechen und hoffen, dass die... Madame im Laden... Das durchgehen lässt. Angreifen. Auf keinen Fall. Flüchten. Und dann hat er bestimmt das Zeug und dann verlieren wir einiges. Und hoffen nun, dass die Dame an Kassen... Flüchten. Daniel, komm aus hier! Geh! Du bleibst. Daniel, jetzt! Ah... Als ob... Nimm dein Zeug. Jetzt haben alle unser Zeug verloren, oder was? Nein! Nein! Schlimmer noch. Nicht nur unser Zeug verloren, sondern unsere gefasst wurden. Nein! Wir hätten reden müssen. Ah... Scheiße! Daniel... Nein! Nein! Wir haben uns mit Daniel getrennt, wir haben uns Zeug verloren und sind gefangen. Vielleicht bei der Polizei. Was hätten wir tun sollen? Das war mir wirklich zu vage. Dass die Frau uns das überlässt. Was? Du bist endlich awake? Sorry, ich hätte dich beschrieben. Aber wenn du innozentig bist, dann geht das nicht. Verdammter Bastard! Das ist... Wie ist dein Körper? Das ist doch... Sie zwei Jungs, die nicht wie Amerikaner aussehen und gleich... Du hast doch bestimmt geklaut! Arschloch! Das war so klar, wir hätten gleich gehen müssen. Ich hab schon gesagt, als du reinkommst, hoffentlich hat er das nicht gesehen. Alter! Rassisten Scheißschwein. Rassisten Scheißschwein. Rassisten Scheißschwein. Rassisten Scheißschwein. Rassisten Scheißschwein. Smiley did. Fick dich, Fuson! Alter! Das Mexikan, der Muskel geklaut haben. Puh! Scheiße! Spuck auf dich. Rasse Scheiß-Rassist. Wir müssen uns ja, liebe Freien und rauskommen. Verpiss dich, du Sack. Was ich von sich ein Rassisten-Auschlächer halte. Plastikhandfächer. Na komm. Haben wir hier irgendwas? Wir haben hier wirklich nix. Inventar, Feuerzeug, jetzt ganz essen und so. Verdammt, 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 verdammt. Wenigstens das Geld haben wir noch. Ja, das ist was ich gedacht. Fuck. Ich weiß, ob ich mehr Licht kann. Ich weiß, dass ich nicht von mir rauskomme. Ja, das ist ein bisschen besser. Nicht zur Not. Damit wir jetzt wirklich keine Zeit für. Irgendwas mitfahren. Ich höre ihn doch. Wir hatten so eine gute, das war so eine gute. Wir haben so gut an ihn gekauft und so gut geklaut. Wenn wir nicht geklaut hätten, wären wir da durchgekommen. Dann hätten wir EZ reingehen können und bei EZ sagen können, wir haben nichts geklaut. Dann hätten wir EZ kein Problem gewesen. Aber du bist zu f***ig weit. Wenn du nicht wieder enttäuscht hast, das ist... Ja, wir verstehen. Du bist die perfekte Amerikaner. Kannst du versuchen, diese Vente zu öffnen? Ja. Das ist alles. Es ist doch seine Frau, das ist die. Jetzt geht es drum mit. Fürzei wird nicht mehr lange gebrauchen. Na komm. Whisky. Dann ist er mit uns hier drinnen. Zeitungstapel. Zeitungstapel. Was mache ich? Ich weiß nicht. Lass mich denken. Natürlich sind die f***e Schläge überall da. Sean ist alles gut? Ja. Es ist egal. Genau. Ich brauche etwas, um zu zerstören. Okay, Daniel. Ich sehe einige Schläge. Aber ich kann sie nicht erreichen. Vielleicht kann ich sie, wenn ich diese Pipe aus der Wand. Kannst du eine Art Art Art? Ich weiß nicht, wo es ist. Ich denke, ich habe eine große Fischung in der Arbeit. Mit all diesen Schildern. Ich weiß, dass du sie findest. Okay. Ich versuche es. Verdammt. Verdammt. Ah, nice. Jetzt schnell. Ich versuche es. Nicht verletzen. Dabei. Lass die Fessenen abmachen. Ach so sind wir noch nicht, wir hätten noch mit den feinen Plastikgefäßern einfach abschneiden können, oder nicht? Und wie soll er uns helfen, ja? Pst, ruhig, da unten. Ich war so schockiert. Was ist passiert zu deinem Gesicht? Das alte Blödsinn ist passiert. Okay, wir brauchen irgendwas von dir. Eine Pfeile. Warum nimmst du nicht eine Pfeile? Um das Ding durchzureißen zu... Schnell raus hier. Ja, du bist. Okay, jetzt müssen wir meine Sachen holen und gehen. Oh, verdammt. Daniel, was ist passiert? Warum bist du hier reingegangen? Was hast du getan? Es ist egal, weg hier. Schnapp euch nur 5 Sachen. Ich weiß nicht, was passiert. Es ist okay, du bist sicher. Schrapp euch dann. Die haben noch auszustehen, dann gehen. Na komm. Ich werde sie da bereuen, aber... Verdammt! Immer diese verfickten falschen Entscheidungen. Es wird nicht klappen. Daniel, komm, wir müssen hier rauskommen. Komm, komm, komm! Wade! Verdammt! Wo gehen wir? Sean! Schau! Über da! L-let's gehen! Ich weiß nicht! Er rennt! Nein! Er wird dir nicht helfen. Ich vertraue niemandem. Ihr seid okay? Sie sind nicht okay. Dieser Scheiße! Auf der Gasstation! Ich bin verdammt verrückt! Er steigt mich in seinem Backoffice. Ich schwör! Du kannst niemandem vertrauen! Du kannst niemandem vertrauen! Nein! 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 Nein. Ich vertraue niemandem. Gerade in Life is Strange nicht. Dem sympathischen Mann, dem sympathischen Lehrer. Ich habe hoffentlich Life is Strange 1 schon gesehen. Ich will nicht Life is Strange 1 spoilern, aber ja. Das geht auch für das ganze Leben. Vielleicht ist er ein guter. Das ist verrückt. Ich dachte, ich hatte einen schützigen Tag. Ich wusste, dass der Mann war schützig. Warum hat er auf uns gebrannt? Das ist eine gute Frage, mein Freund. Es gibt viele Menschen verletzigen. Und du hast ein bisschen racisten. Ja. Ich glaube nicht, dass er mit unserem letzten Namen war. Willkommen in Redneckland. Und die St. Seattle nicht mehr. Wir leben nur in einem Ort meine ganze Leben. Ich bin ein bisschen lang. Wir sind wahrscheinlich in Amerika aufgewachsen. Oder wir leben nur in Amerika. Wir sind vielleicht vielleicht zu viel. Und wahrscheinlich mehr Amerikaner als dieser Basterd. Oh nein, lass doch nicht den Hund. Das ist ein Problem. Das könnte... Ich meine, da hat er schon... Ich meine, was haben wir noch zu verlieren? Er hat eh schon... Wut auf uns, wenn der uns noch mal trifft, bringt er uns um. Ich will keinen Ehen behalten. Der Hund wird nach zwei Minuten in der Wildnis umkommen. Das ist ein Haushund, ein kleiner. Gebt ihm einen Tag. Fällt er irgendwo runter und stirbt. Guckt euch den an, den kleinen Süßen. Das ist kein Rolf, das ist kein großer Hund. Kein großer Jagdhund oder so. Und er hält... Mushroom. Er hält keine Woche aus. In der Wildnis. Komm schon. Das ist nicht sogar ein Name, Mann. Aber ich liebe Mushroom. Und du sagst, es war meine Wahl. Okay, okay. Du wirst. Aber dieser ist auf dich. Oh, ja. Danke, Big Brother. Schau, Mushroom? Du bist jetzt nicht der beste Name. Mushroom. Schön. Ich fühle mich, dass ich einfach die Geschichte gesehen habe. Wir gehen jetzt in den Tag gucken. Was soll überhaupt noch mitmachen? Haben wir wieder alles wiederbekommen? Oder... Haben wir alles wiederbekommen? Okay, wir haben eine Campingaufrüstung. Waschbeer-Pulli. Und ein Waschbeer-Pulli. Das ist schon mal... Mil-Pandapulli. Das ist schon mal Gold wert. Aber... Was ist mit Getränken und Co. Sieht nicht so aus. Andenken. Ein leeres Telefon. Können wir das nicht irgendwo aufladen? Akku haben wir noch da. In die Ladegerät. Wir sehen uns.